Hi und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Hackbart. Jetzt klappt mir die Fotze auch noch das Auto. Ja, guten Tag. Battlefield weckt Aggressionen. Mit dabei ist Pandoron. Und ich bin natürlich auch dabei, sonst würde ich hier nicht reden. Klingt so logisch. Kann ich mich selber in die Luft sprengen oder sowas? Du, Arbe Squad Leader. Be, be. Ich habe einen Hammerwasser, denn das Theater jetzt hier. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist schlecht. Komm, hier eine Brandgranate setzen und dann facke ich selber. Weiter geht's. Ich brenne. Weiter geht's. C, C. Du brennst. Lucifer. Ich sehe Lucifer. Ich komme in die Hölle. Da will ich nicht hin. Ey, willst du mich jetzt... Ich bleib jetzt mal hier. So, endlich. So. Ich bin burned. Burnt. Burning down the house. Das ist alles so traurig. So, jetzt gucken wir mal, wo die anderen beiden sind. Und zwar... Gymnetics ist im Flieger. Der Granschko, wo ist der? Auch im Flieger? Ne. Ne. Ich versuche hier Gegner aufs Korn zu nehmen, die hier vielleicht irgendwo sind. Ich bin auf dem Dach gerade aktuell. Ich bin bei dir. Alles klar. Falls du das hörst, die Bomben, das ist nicht besorgniserregend. Wir linken ganz viele Gegner. Da ist noch einer gelaufen. Stirb! Ich habe einen MG bemannt. Das ist ja geil. Ich habe auch eins. Das ist schön, aber da kommt eine Bombe auf uns zu. Wo denn? Über uns. Oh, oh. Das wird ganz übel enden. Okay, vielleicht auch nicht. Jetzt ans MG. Wir nehmen ihn aus. Das kommt gar nicht ran, das MG, doch. Ne, meins kommt da nicht mal hin. Es könnte sein, dass unter uns einer ist. Unter uns in dem Haus ist einer. Wir lassen doch da sein. Das ist wohlfühl. Da, wo ich hingucke. Wow, wow, wow. Hast du mich erschreckt? Ja, der ist da. Der logert da rum. Im Haus. Im Haus. Eine Etage tiefer. Hier sind Pferde. Hier sind überall welche. Ich kann keinen markieren, ey. Wie mich das nervt. Was? Was? Auf der ersten Häuserseite. Vielleicht steckt erster. Ist aber tot. Ja, bei mir ist noch einer auf der anderen Häuserseite. Ich gebe es heute auf. Ich verabschiede mich schon mal wieder. Ich bin jetzt in den Platz. Alles klar. Der Klassiker, ey. Hilfe. Job. Ich brauche jemanden. Hilfe. Alles klar. Ja, ich würde sagen, ciao. Und der Hackbord ist weg. Dreht sich tausendmal einer? Läuft. Warum er mir da meinen Arsch geertet hat? Danke. Ich weiß nicht. Ah, okay. Ich bewundere nur dein Gummiband-Equipment. Alles klar. Alles klar. Au. Ja, jetzt hat es mich von hinten erwischt. Ja, und da war noch ein zweiter vorne. Ja, die stehen da überall noch. Die stehen da Richtung F auf jeden Fall. Ja, da ist der Hackbord, denke ich mal. Ein ganz klein wenig abgeschmiert. Leute, seht ihr den alle denn nicht? Das ist unfassbar. Medic! Okay, brauche ich nicht mehr. Da ist einer auch im Haus hochgelaufen, habe ich, glaube ich, gesehen. Mal gucken, ob ich bei dem mal eben einsteigen kann, da man das Haus hochrennen kann. Weil das ist immer gefährlich, dass die von oben runterschießen. Ich will deployen. Ach, Squadmate unter Fire. Jetzt sei doch nicht so. Ja, klar, Kill-Assist. Ich habe ihm mal eben die Hälfte seines Lebens weggeschossen, aber ich bin ja einmal der Kill-Assist-Geber. Dafür habe ich oben den mit dem Knüppel niedergeschlagen. Auf dem Sack. Das ist gut. Scharfschützen. Der hilft noch Knüppel. Überall sind die Scharfschützen hier jetzt da. Liegen hier und da und überall. Wow. Was ist denn jetzt hier schon wieder bei C? Was soll denn das? Aua, hinter mir, hinter mir. Ich merke es. Oben. Genau da. Aua. Du kannst pauschal hier eine 360-Grad-Warnung aussprechen, weil es schießt von allen Richtungen. Ich habe ja einen im Haus erledigt, aber das heißt ja nichts. Monsterwusel. Und noch Ozaru. So. Ich glaube, ich habe das Haus gesäubert. Und Snusbär. Jetzt habe ich das Haus gesäubert. Jetzt bin ich aber auch hart angehittet, ey. Da hinten liegt der Krate. Das ist gut. Da gehe ich mal hin. Toll. Ah. Wie die immer in den Häusern oben drin stehen, ey. Ah, ich hab den noch den Countkill bekommen, alles klar. Ich glaub, ähm, ich weiß nicht, ich glaub, Hakkaba hat mir geschrieben, nee, hat er nicht. Aber er ist online, aber irgendwie ist er doch nicht online. Irgendwie ist alles komisch hier. Ähm, wir haben D genommen, das ist super. Wo bist du? Da. Du bist da irgendwie unter Fire. On Fire. Ja. Hm, niemand hat den hier gesehen, alles klar. Ähm, ich hätte ganz gerne... Oh. Ich hätte ganz gerne, ähm, ich weiß noch nicht, was ich will. Ähm. Wer F wäre schon ein Schiff. Ja, okay, ähm. Ja, ähm. E. Wär ja quasi G das nächste Ziel. Ich glaub aber fast, dass wir Richtung D und C ein bisschen aufpassen müssen. Ja. Lieber Verteidigungslinie machen. Ja. Wenn wir schon so viele haben, dann würde ich die auch gerne behalten. Ab 1 bei C. Hinten laufen so ganz schön viel rum. Auf der Brücke und auf dem ganzen Kack. Ah, danke. Ah, von rechts, von links, von überall. Achtung, wenn du da langläufst, da laufen wir die Straße zu C lang. Ja, danke. Bitte, bitte. Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie Medic-Kram. Die sind hier irgendwo drin, da. Oh, überall. Aber da sind zu viele. Da würde ich nicht hin. Da sind drei Stück und die haben ganz schön viele, viele Waffen. Also da ist ein Supporter auf jeden Fall und ein Assault ist da auch. Ich guck mal, ob ich bei dir wieder reinkomme. Oh, reingekommen, eingetötet. Jupp, die haben mich gerade umgeschossen. Das sind aber noch mindestens drei um die Ecke bei der Mauer. Ich sehe es gerade als Leiche. Aua. Ja, ja, ich habe da auch noch mal zwei bekommen, aber die laufen jetzt auf C auf jeden Fall zu. Ich spawne auch bei C wieder. Ja, ich werde auch bei C spawnen. Aua. Boah. Ja, man muss bei den Bombern ein bisschen vorhalten, wenn man was abwirft, weil wenn man was abwirft, fliegt das auch noch mal ein bisschen. Ich habe mal welche markiert. Aua. Aua. Ach. Ah, der ist auch dauernd. Dahinter ist noch einer. Also falls du den dann weggemacht hast, da an der Ecke, da steht noch einer. Nee, nee, nee. Ich war schon auf dem Weg dort hin tot. Okay, also C ist auf jeden Fall noch Highlife in Tüten. Höh? Ich habe dich gerecht. Und die Pistolen sind immer noch zu stark. Ich denke, die sind in den Häusern noch drin. Ich denke, die sind in den Häusern noch drin. Ich bin so ganz schön. Ich bin so neu hier. Jetzt habe ich zwar meine ganzen Panzergranaten aufgebraucht, aber hey. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den noch wieder bekriegen. Ich habe ein Pferdchen gehört, okay. Das war unser. Unser Pferdchen. Da ist er wieder. Ja, wer ist das? Ja, half der Spielzeit ist rum. Ab ein. Ja, ich bin nicht mehr, du bist irgendwie aus dem Squad raus. Ja, ich bin jetzt bei Grunge kommen. Das ist ja eigenartig. Das stimmt. Der hat einfach geswitcht. Der hat dich aus dem Squad rausgezogen, hat mich zu Squad Leader gemacht. Bist du down? Dann kommen wir von hinten. Ja, ich bin von hinten gemessert worden. Aber jetzt verlieren wir aber ganz schön viel wieder. Es ist schon wieder ein bisschen ätzend. Immer sind wir so gut unterwegs. Und führen 40 Punkte und dann kommt so ein Scheiß. Ja, warte. Squad. Set. Public. Jo. Warum kann ich jetzt hier nicht rein? Achso, ich bin noch am Leben. Okay. Und. Ja. So, ich bin vorne drin. Wollen wir tauschen? Warte. Warte. Warte, ich flieg mal gerade hoch. Oh. Jetzt ist gerade jemand drin. Ich will nicht mehr tauschen. Ja, flieg und werf Bomben. Jetzt kann ich wechseln. Also wie? Jetzt. Ah, jetzt. Wer ist denn hier jetzt drin? 2 ist leer. Wechsel mal. Warte mal, ich wechsle mal. Auf. Ja. Danke. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so leer. Jetzt können wir wechseln. Alles klar, wechsel. Habt gewechselt. Alles klar, bin jetzt drinnen beim Flieger. Und ich gehe F3 nach vorne. Alles klar. Wir haben objektiviert. Wir haben objektivt Freddy. Danke. Bums, da hat wohl einer meine Bombe geschluckt. Yeah, jetzt ist der Flieger wieder vollständig. Bums, Bomberpilot, oh nein, andere Anteile hängen hier umliegen. Ah, diese verdammte Antenne, ich filter immer gegen. Ist ja auch so schuld, warum fliege ich auch so tief? Gibt es noch irgendwo ein Flugzeug? Ne, aktuell nicht. Steigen wir bei F ein und machen dann bei C Stunk? F und bei C Stunk, ja, kann man machen. Ich bin mal eine Scharfschütze dabei. Überraschen wir sie von hinten. Noch 2 Minuten 14. Sollten wir doch mal hinten kriegen. Aua! Irgendwo ist eine Scharfschütze? Ja, ich such gerade, aber ich seh keinen. Oh. Wow. Hat jemand Heilung? Äh, im Haus drin. Ne, oben auf dem Berg ist der. Ich heile gerade von selbst ein bisschen. Wir haben auch einen Sniper. Ich laufe mal außen rum. Der ist genau vor der Haustür hier. Welcher? Sogar markiert. Ach. Hab ihn. Ja. Leider ist es zu spät. Du bist zuerst umgefallen. Danke. So, C ist gleich unseres. Müssen wir auch gleich mal gucken, ob die noch in den Häusern drin stecken. Wie immer. Boah, hier ist einer gespawnt. Okay, er ist tot. Ich hab zwar mein ganzes Magazin verbraucht, aber er ist tot. Das sieht doch gut aus. Hinten kommt einer ums Haus. Okay, er ist tot. Och, Mann. Drei Leute stehen da im Gang, wirklich. Und keiner macht was. Geil, guck mal, ein Gegner. Wir sind so viele Gänge. Oh, das ist Stein. Ich schieße mich auf Steine. Ich könnte zwar auf Steine schießen, aber... Da hat der Hagi einen getötet. Warte mal länger Zeit hier. Dann wäre ich irgendwann aggressiv, ey. Aggressive. Zum Zug habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock zu rennen. Das wird mir dann immer zu heiter. Gucken wir, was hier so in den Straßen los ist. In den Straßen von Seattle. Ja. Hat sich erledigt. 200, 564. Finde ich doch relativ... Ja, viel. Unterschied. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Mit Battlefield 1 in der Open Beta. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.